herzlich willkommen zu meinem neuen video in diesem video erfährst du alles zu den spieleinstellungen und ihre auswirkungen ich erkläre alle essentiellen genauer und zeige euch im direktvergleich was der unterschied ist und am ende zeige ich euch noch mal die wichtigsten spieleinstellungen vor spielstadt bis gleich kommen wir dann auch schon zu den ersten einstellungen den steuern da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen man kann einstellen wie viel steuern man zahlen möchte beim gebäudelimit wird es dann schon wieder ein bisschen interessanter in ochsbau ist es so geregelt ihr startet von anfang an mit einem gebäudelimit von 70 das bleibt auch so auch wenn ihr im koop seid ist bei 70 gemeinsam für euch also nicht jeder hat 70 am besten lässt man so und oder passt es nach und nach an als nächstes kommen wir zu unbegrenzten life points was selbsterklärend ist ihr zieht kein schaden mehr und werdet dadurch unsterblich danach kommt unbegrenzt ausdauer kein hunger kein durst und die habe ich einfach jetzt mal zusammengefasst ich hätte eigentlich die ersten vier zusammenfassen können unten links haben wir unsere lebensanzeigen sobald wir die haken gesetzt haben gehen sie automatisch einmal hoch und wenn wir sie drin lassen gehen sie auch nicht mehr runter die nächste situation kennt jeder man ist überladen auf dem weg zur nächsten stadt ist es eine qual dahin zu kommen und dauert ewig und da ist es dann schon verlockend dass man einfach mal den haken auf unbegrenzt im tragen setzt es wäre jedoch die größte lüge zu behaupten man vereinfacht sich das spiel damit ein bisschen indem man da den haken setzt nein also man vereinfacht sich das spiel um mindestens zwei bis drei schwierigkeitsstufen wenn das ganze spiel auf diese überlast ausgelegt ist man muss so viel planen wegen dieser überlast auch vom dorfbau her mit den ganzen lagern das es würde alles verändern wenn ihr probleme mit der überlast habt empfehle ich es euch in pistola am markt zwei taschen zu kaufen damit erhöht eure kapazität um fast 25 kilo bei den nächsten zwei technologien es ist umgekehrt vergiftung und temperatur hat den haken schon drinnen sollte ich den jetzt bei vergiften raus tun würde ich kein schaden von den unreifen bär nehmen finde ich tatsächlich keinen großen benefit weil mit gift hatte ich im laufe des spiels nie große probleme mit den temperaturen hatte ich jedoch große probleme vor allem der winter ist in oxbow extrem hart ihr fangt extrem schnell an zu frieren ohne fackel überlebt ihr es in der regel keine fünf minuten winter kleidung ist fast unbezahlbar solltet ihr probleme haben sie euch leisten zu können wenn ich euch oben noch mal schnell im video ein da zeige ich 20 los places mit extrem guten nut beim schnellen handwerk ist es so wenn wir ab jetzt mehrere gegenstände herstellen stellen wir alle auf einem durchgang her nicht mehr jedes einzelne die gewonnenen technologie punkte bleiben die gleichen schneller bauen lässt sich hier ganz gut sehen anstatt wie normal dass wir jetzt für eine holzwand vier schläge brauchen brauchen wir pro seite immer nur einschlag wenn wir die materialien haben der letzte interessante punkt fallen gelassene nahrungsmittel verderben damit tut ihr euch jedoch kein gefallen wenn ihr dort einen haken setzt weil später für spiel brauchen wir verdorbene lebensmittel da wir aus denen unseren dünger herstellen und es gibt dann ganz viele tricks dazu komme ich in einem anderen video lasst dieses kästchen am besten unberührt jetzt zu einer ganz wichtigen einstellung vor spielbeginn stellt immer die jahreszeitdauer von drei tage auf mindestens zehn bis 25 oder 30 tage das gilt dann ab dem zweiten monat und ist wichtig weil wenn man es auf drei tage lässt kommt der winter einfach zu schnell und dann hat man im winter keinen spaß zuletzt dann noch eine ganz ganz wichtige tastenbelegung und zwar geht ihr zum prüfmodus und wechselt ihn vor allem die pc-spieler von alt ich habe ihn jetzt auf meine linke mausseite gewechselt der prüfmodus ist einfach extrem wichtig später wenn ihr ins gilt könnt ihr alles damit finden und ganz ganz wichtig beim pfeile schießen pfeile sind zu wertvoll ihr findet die pfeile nicht mehr wenn ihr das ziemlich getroffen habt aber mit dem prüfmodus sofort und auf alt drückt man einfach öfter nicht das war's dann auch schon wieder zu meinem video freut mich wenn du bis hier immer noch dabei bist wer noch nicht abonniert hat gerne abonnieren dann verpasst ihr keine weiteren videos von mir bis zum nächsten mal ciao bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal